Die vier indianischen Gesetze der Spiritualität Erstes Gesetz Der Mensch, der dir begegnet, ist der Richtige. Das heißt, niemand tritt rein zufällig in unser Leben. Alle Menschen, die uns umgeben, die sich mit uns austauschen, stehen für etwas. Erstes Gesetz, entweder um uns zu lehren oder uns in unserer Situation voranzubringen. Zweites Gesetz Das, was passiert, ist das Einzige, was passieren konnte. Nichts Aber absolut nichts von dem, was uns geschieht, hätte anders sein können. Nicht einmal das unbedeutendste Detail. Es gibt einfach kein Wenn ich das anders gemacht hätte, dann wäre es anders gekommen. Nein Das, was passiert, ist das Einzige, was passieren konnte und musste passieren. Damit wir unsere Lektionen lernen, um vorwärts zu kommen. Alle, ja jede einzelne der Situationen, die uns im Leben widerfahren, sind absolut perfekt. Auch wenn unser Verstand, unser Ego sich widersetzen und es nicht akzeptieren wollen. Drittes Gesetz Jeder Moment, in dem etwas beginnt, ist der richtige Moment. Alles beginnt genau im richtigen Moment. Nicht früher und nicht später. Wenn wir dafür bereit sind, damit etwas Neues in unserem Leben geschieht, ist es bereits da, um zu beginnen. Viertes Gesetz Was zu Ende ist, ist zu Ende. So einfach ist es. Wenn etwas in unserem Leben endet, dient es unserer Entwicklung. Deshalb ist es besser, loszulassen und vorwärts zu gehen. Beschenkt mit den jetzt gemachten Erfahrungen.